Bei mir an der Schule gab es einen Berufsinformationstag von Zott und da bin ich halt auf den Beruf als erstes mal gestoßen und dann habe ich mir gedacht, die machen Praktikum hier. Das hat mir dann sehr gut gefallen. Es ist schon erstaunlich, was man alles aus der Milch machen kann und das lernen wir ja auch. Wir nehmen halt die Rohmilch an von unseren Bauern und verarbeiten die zu verschiedenen Milchprodukten. Zum Beispiel Pudding oder Sahnejoghurt oder Zottarellakäse. Als Milchtechnologe kommt man in der ganzen Firma herum. Man ist hier mal im Leitstand zum Steuern von den ganzen Abläufen. Man lernt also verschiedene Techniken, homogenisieren und erhitzen, pasteurisieren, separieren. In der Produktion ist die Aufgabe, die Maschine zum Überwachen, dass alles läuft. Ich kontrolliere die Qualität durch pH-Wertmessungen. Man muss wiegen, ob genau richtig viel drin ist. Das ist gesetzliche Vorschrift, wie viel in einem Montebecher drin sein darf. Wir müssen die Maschinen danach auch wieder reinigen. Das ist ja ein Lebensmittel, das wir ja weiterverkaufen wollen. Und sie würden ja auch nicht gern in ihrem Joghurt oder in ihrem Käse gern ein Haar drin haben wollen. Oder irgendwelche Metalle. Und deshalb wird das bei uns sehr streng kontrolliert. Du lernst viel Technisches, aber du hast auch was mit dem Labor zu tun. Also mikrobiologische Abläufe oder chemische Abläufe. Als Milchtechnologe bekommt man von dem ganzen Prozess in einer Molkerei alles zu sehen. Das ist ja ein Lebensmittel. Untertitelung des ZDF, 2020